Hey, ich sehe falsche Versionen von mir. Ich muss mich selbst sehen. Nein. Darberschießen. Hat jetzt aber der Fake-Version auch nicht geholfen. Das wirst du bereuen, du Flohn-Hühnchen-Dings. Und weiter geht's. Gib mir Moon. Los. Jetzt kriegt das Hühnchen auf die Fresse. So, da war doch noch ein zweites irgendwo. Da ist es. Das ist echt so viel Hühnchen. Oh, warte. Das ist ein Hühnchen. Das ist ein Hühnchen. Das sind zwei Hühnchen auf einmal her. Was ist denn jetzt hier los? Das ist egal. Alle kaputt. Alle tot. Alles schön. Und weiter geht's. Smoke. Shoot. Chair. Dein Land braucht dich. Und das nächste Hühnchen. Vielleicht grillreif geschossen. Weiter geht's. Oh. Jetzt sehe ich da eine neue Knarre. Oh. Ah, so schalte ich jetzt Waffen um. Sehr gut. So, ihr Küken. Ich habe eine neue Waffe. Sie tut euch mehr weh als mir. So sagt man, oder? Lalalalala. Oh, schön. Endlich was mit ein bisschen mehr Wumms. So. So kann ich nicht schießen. Was diese beiden Kinder gerade mitgeflüchtet haben. Na nö, bin ich nämlich hier unten. So, wir haben eine... Ich habe eine rote Schlüsselkarte. Damit kann ich in den roten Schlüsselkartenraum. Was ist hier los? So. Dass ich versteckt habe. Aber nichts benutzt. So gar nichts. Woh. Guck. Ist aber gut hier. So. Nummer 1 und Nummer 2. Ne, Nummer 2 und Nummer 3. Na, wie dem auch sei. Kaputt, 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 kaputt. Und wenn ich mit mir gerade verstecke... ... hast du mich nicht. Komm, komm, spiel es. Die Gegner verstecken sich also auch. Doofs sind Sache. So nicht. Helfen wird uns ihnen nichts. Hm. Oh. Oh, nein, ich bin jetzt aber auch nicht. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Der Moon ist immer gut, das verbraucht die Knarre doch in größeren Quantitäten, wie man das schon sagt. Da war mir nichts komisch vor, wenn du plötzlich einfach weck geschlagen wirst. Drei auf einen Streich, oder wie war das? So, irgendwer legt noch einmal. Doch, der da. Ja, ich strunzt um. Aber was will man machen? Es sind hier nur Hühner. Und dazu noch schlecht geklonte. Pua. So, da oben ist so ne komische... ...Fahne. Wenn ich die irgendwie... Aber wie um Himmels willen komme ich denn da ran? So nicht. Vielleicht nur dieser Seite nochmal ausprobieren. Schub, schub, schub. Ne, da fällt er einfach nur runter. Das ist ja nichts. Na, dann lassen wir das erstmal. Und gucken mal bei Gelegenheit... Uah. Weiter geht das fröhliche... Vogelschießen. Na, mit dieser Karte, da gucke ich dann irgendwann mal bei Gelegenheit. Das sieht aus wie mein Atomacher super Raketen-Hucksack. Ist da rechts noch irgendwas? Hey. Hey. Selber hey. Das ist mein. Was denn? Oh, hey. Es ist Zeit für ein paar Jetpackchen. Juten. Aber Jetpackchen ist dann klarer Fall fürs nächste Mal. Ich wünsche euch... Ich wünsche euch... Viel Spaß. Zockt viel. Zockt schön. JPIA. Und so. Ich wünsche euch... Ich wünsche euch...